heute mal ausnahmsweise kein pferdeprodukt was ich euch vorstellen möchte sondern ein tolles humanprodukt für eine gesunde ernährung von dir und vielleicht auch deiner familie ich bin ja nicht nur pferdegesundheitsexpertin und habe mich sehr intensiv mit pferdeernährung auseinander gesetzt sondern auch mit der humanernährung weil ich eben gesundheitstrainerin für menschen auch bin und craniosakral omnipartin und ja seitdem ich eigentlich relativ jung bin ja weil mir eine gesunde ernährung auch immer sehr sehr wichtig und habe auch sehr viele eigenversuche gemacht an mir selbst und dann auch an meiner familie freunden bekannten und so weiter und was ich euch sehr empfehlen möchte ich habe das auch probiert deswegen ist diese packung offen schmeckt sehr sehr lecker ist dieses ganz spezielle nudelprodukt von cmp sport das besteht ausschließlich aus emma also diesem wirklich ganz alten urweizen linsen und kenor ist dadurch auch einerseits viel eiweiß hältiger was für viele menschen sehr sinnvoll ist weil viele menschen essen im verhältnis zum eiweiß zu viel kohlehydrate und zu viel kohlehydrate langfristig gesehen können uns leider auch dick machen und dieser urweizen ist für viele menschen auch viel besser verträglich also es gibt ja nicht wenige die eine weizenunverträglichkeit haben und da also ich persönlich zum beispiel habe festgestellt dass das halt generell auch für die ernährung und damit auch für alle stoffwechselprozesse besser ist und man sich wohler fühlt man zum beispiel auch nach dem essen vielleicht nicht so müde ist man auch nicht so heißhungerattacken hat oder lust auf süßes weil das kommt sie ja häufig geben auch von ja nicht nur von süßigkeiten sondern eben auch von diesen weißen mehlprodukten die uns langfristig leider auf dick machen deswegen eine tolle empfehlung gefunden habe ich dieses tolle produkt im das sportladen in miesbach von der uli birkelbach das sportgeschäft meines vertrauens und die noch bessere nachricht ist es gibt nämlich auch ein gewinnspiel und zwar könnt ihr gewinnen zwei von diesen packungen eins von diesen ganz tollen bio olivenöl kalt gepresst auch aus dieser cmp sport ernährungsreihe und leider nicht mehr vorhanden weil schon gegessen eine tolle tomatensoße also das wäre sozusagen das gesundheitscare paket dass es zu gewinnen gibt und zwar gibt es eines auf youtube.com schrägstrich sandrafenzel 1001 eines auf facebook.com sandra fenzel und eines auf meinem instagram kanal instagram.com schrägstrich sandra fenzel genau mitmachen könnt ihr indem ihr diesen beitrag leicht und kommentiert wen ihr dann zum essen einladen wollen würdet ja weil gesundes essen ist natürlich noch schöner wenn man das zu zweit genießt und ja schaut euch diese produkte an vielleicht macht ihr beim gewinnspielen mit und wenn nicht dann könnt ihr auf jeden fall in uli birkelbachs echt sehr sehr coolen sportladen in miesbach da sportladen heißt ja eben vorbeischauen diese produkte und auch ganz ganz viele tolle sportartikel finden ich kaufe da immer ein egal ob für skifahren wandern reiten das ist so mein sportladen des vertrauens weil da wird man wirklich 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 ehrlich und bestens beraten ich habe schon manchmal sachen gekauft die ich eigentlich kaufen wollte weil die uli gemeint hat ist voll super und voll gut und jetzt bin ich total glücklich zum beispiel über meinen mantel den glaube ich jeder zweite kursteilnehmer schon gerne hätte oder gekauft hätte also schaut vorbei viel spaß im sportladen bei der uli birkelbach in miesbach und viel spaß beim gewinnspiel Bon Appetit Eure Sandra